weil der ort so schön war machen wir jetzt noch mal ein video hier meint solange die sonne noch lange nicht wollen wir noch da ist gerade sehen wie sie noch folgendermaßen ich würde gerne von dir wissen wie du erfolg definiert und dir danach ein paar fragen dazu stellen joshy das ist eine mega frage weißt du erfolg gab jetzt im sinn kommt der erfolg ist für mich wenn meine familie im einklang ist wenn meine frau meine zwei kinder glücklich sind untereinander harmonisch besteht wir uns verstehen und mögen und lieben gesund sind das ist für mich der größte erfolg dann verstehe ich unter erfolg auch jeden tag aufzustehen und das zu machen was mir spaß macht mich mit menschen zu umgeben die ich liebe dass für mich auch erfolg und natürlich ich weiß was du hinaus spielen willst natürlich der finanzielle erfolg finanzieller erfolg ist auch sehr wichtig wenn du das verdienst was du dir schon immer gewünscht hast dann bist du super erfolgreich also das richtige gehalt ist sehr wichtig das verstehe ich so und der erfolg ich würde jetzt behaupten du bist ein sehr erfolgreicher mensch es wird mit jedem jahr mehr an was arbeitest du gerade aktuell noch damit du noch erfolgreicher wärst also was denkst du ist noch ein schwachpunkt bei dir ich habe eigentlich viele viele themen die mich so bedrückt haben habe ich schon längst rausgekotzt und mein ego ist auch immer kleiner und kleiner geworden und was ich arbeite ich arbeite jetzt mehr an liebe und nächsten liebe liebe und nächsten liebe das ist noch so ein thema wo ich mich viel mehr rein fuchse das sind das ist so ein thema was mich so zurzeit interessiert ja und sonst ist natürlich jetzt das ganze social media thema sehr sehr wichtiger punkt in dem ich jetzt am aufbauen bin ich möchte mich in social media sehr stark positionieren möchte auch eine masse an follower generieren und das ist so jetzt eines meiner standbeine die ich jetzt aufbau und da bin ich jetzt wirklich auch vieles am lernen wie das ganze mit social media marketing funktioniert die ganzen schaltungen die ganze werbung drumherum aber auch das ganze hier wie wie man diese videos macht an dieser stelle danke joshy dass es dich gibt weil ohne deine unterstützung wäre ich natürlich nicht da wo ich jetzt bin weil du gibst mir sehr gute tipps und kreierst das ganze drumherum lässt mich nicht ins kalte wasser manchmal mit meinen fragen schon aber ansonsten genau wie ich dich ein bisschen zu gehalten genau und das ist so ein thema wo 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 ich rocken möchte ich möchte also wirklich in social media sagen wir so auf eine million follower kommen auf eine million follower in den nächsten drei jahren oder früher mit allen social media kanälen zusammengerechnet das ist so mein kleines bescheidenes ziel was ich sicherlich auch erreichen werde die natürlich nicht daran glauben die haben jetzt die möglichkeit mich kräftig mal auszulachen sich in den kommentaren auszukotzen und mich dennoch weiterhin zu abonnieren weil sie nicht genug bekommen von mir hinterlass mir ein däumchen bis bald ciao perfekt 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 wie lange ist das gang